Steven, du versuchst dich schon mal mit deiner Rolle zu identifizieren, ja? Dass du jetzt mit dem Kuchen quasi verschmilzt. Auch so ein bisschen dein Improvisationstalent mal spielen lässt. Das ist ein ganz wichtiger Pitch für uns. Okay, Steven, dann schieb doch einfach mal die rote Blume bitte schön nach vorne in die Kamera. Hilf doch mal einer dem Steven da mit der Blume jetzt, Mensch. Gut, dann würde ich sagen, alles auf Anfang bitte. Lichtkamera läuft. Richterkronekuchen die erste. Okay, Steven, super. Mach mir mal Angebote. Sei mal verstohlen gierig auf den Kuchen. So dezenter, dezenter. Ja, super, super, Steven, fantastisch. Du musst den Zuschauer binden. Super, super. Spiel mit uns, Steven. Okay, okay, aber nicht zu viel. Weniger, weniger dezenter, das ist super. Ähm, wichtig ist, dass du immer an den Plot denkst, okay? Fantastisch, fantastisch, Steven, bleib hier. Bleib hier, Steven, nicht weggehen. Und jetzt versuch uns emotional zu catchen. Catch die Emotion. Catch die Emotion, das ist es. Bleib real, bleib real, bleib am Kunden, Steven. Okay, Steven, okay, okay, pass auf. Und jetzt, jetzt drehst du mal durch. Jetzt, jetzt machst du mal was völlig. Lass dich einfach mal gehen. Denk dir irgendwas aus. Sei mal crazy. Lass dich einfach, ist egal was. Mach's einfach. Steven, mach's einfach. Top. Steven, wirklich, der liefert einfach ab. 20 Jahre Schauspielerfahrung. Zieh einfach nicht spurlos an so einem Schauspieler vorbei. Ich bin begeistert. Okay, aus, danke. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Untertitelung des ZDF, 2020